Auf Wiedersehen für heute, Kinder. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, komm zurück! Ich habe vergessen, mich bei dir zu bedanken. Ein Päckchen für mich? Tatsächlich. Wann ist es angekommen? Heute Morgen. An den Weihnachtsmann. Ein Geschenk von deinen Freunden aus Neugroßstadt. Also, Donnerwetter. Das ist ja Tomaten-Eiscreme. Und? Habt ihr einen Wecker entdeckt? Dann könnt ihr auf togo.de mitmachen. Haltet euch alle bereit. Gleich gehen Scooby und seine Freunde auf unheimlich neue Missionen. Wir haben mal wieder ein Geheimnis zu lösen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Die neue Serie Mission Scooby-Doo. Gleich. Pauli, ich bin Daniele und ich bin tierisch unterwegs. Mit detektivischem Schafsinn ergründe ich großartige Eigenschaften in unserer Tierwelt. Mit mir, mit den zwei und vielen anderen coolen Tieren. Hier zeigen die wildesten und witzigsten Vierbeiner, was in ihnen steckt. Genial. Tierisch unterwegs. Das neue Tiermagazin bei Togo von Super RTL. Semstags und Sonntags. Um halb neun. Oh. Jetzt kommt die Werbung. Neu. Oh, Sophia die Erste. Das magische, sprechende Schloss. Willkommen im Schloss. Ich bin bereit, den ganzen Tag zu spielen. Der Garten wird schön groß. Hier lebt Sophia die Erste. Das magische, sprechende Schloss spricht auf Deutsch und in drei weiteren Sprachen. Erlebe ein episches Abenteuer mit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Treffe hunderte Pokémon zum Fangen und Sammeln. Ob Pflanzen, Feuer oder Wasser-Pokémon. Es gibt so viele verschiedene Arten zu entdecken. Wer wird in deinem Team sein? Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Jetzt auch im Bundle mit den transparenten Nintendo 2DS-Konsolen. Klein, groß. Xumi ist der neue Zeichenkoffer zum Mitnehmen. Da ist alles drin. Viele Motive und Powerzoom für den coolen Mega-Cartoon. Nimm ihn überall hin mit. Xumi ist dein Zeichenhit in verschiedenen Größen. Entdecke Comic-Freches Ravensburger. Die krasse Hot Wheels RC-Action hebt ab mit Street Hawk. Er beherrscht die Straßen und er beherrscht den Himmel. Bis in 60 Meter Höhe macht er krasse Flugmanöver, landet und weiter geht's. Die Hot Wheels RC-Action hebt ab mit Street Hawk. Jetzt neu, das fliegende Hot Wheels-Fahrzeug. Jedes Happy Meal gewinnt beim großen Kids-Monopoly. Wie zum Beispiel 50 Mal eine Familienreise ins Phantasialand. Und viele andere tolle Gewinne. So schmeckt Spaß. Sophia ist Prinzessin und spricht mit Tieren durch ihr Amulett. Was sollen wir heute unternehmen? Lass uns eine Tee-Party feiern. Ich liebe meine tierischen Freunde. Sophia kann sprechen. Mal sprechende Sophia mit ihren Tierfreunden Kalle, Mia und Robin. Hier kommt Fanny Elefanti. Der freche Elefant, der mit Wasser spritzt. Er hat immer Hunger. Fittere ihn mit seinem Lieblingsessen. Mh, Bananenblätter. Drücke seinen Arm. Aber pass auf, er spritzt dich nass. Das macht Spaß. Fanny Elefanti. Das lustig spritzige Spiel von Goliath. Der neue Volvo L350F Radlader von Lego Technik. Kontrolliere die kraftvolle Maschine mit der Fernbedienung. Nutze die Servolenkung und entdecke die sechs rotierenden Zylinder. Mit der größten Schaufel im Lego Sortiment. Neu von Lego Technik. Mehr auf lego.com slash technik. Schmeiß den Schlamm. Bei Saubande ist jeder dran. Schleudert den Dreck vor den anderen Ferkeln weg. Seid schlau, sonst deckt ihr Mama Sau. Wasch nicht, du Ferpel. Und das schmutzigste kleine Schwein wird zum Schluss Gewinner sein. Saubande. Entdecke saulustiges Ravensburger. Tag im großen Shoppingcenter mit Einrichtung von Playmobil. Mit dem Aufzug nach oben zur Fashion-Boutique. Super, die neuen Kleider zum An- und Umziehen. Wow, so viele Outfits. Und die süßen Accessoires und elegante Brautmode. Viel Spaß im Shoppingcenter von Playmobil. Jetzt zu Shopping. Jetzt mit Kleidern zum An- und Umziehen. Hoolies, Weihnachtskugeln, die müssen einfach sein. Und darum macht der Hoolie sie in die Ecke rein. Alles Müller. Oder was? Hier kommt die nächste Generation des Mobile Gaming. Hier kommt das CurioTab. Das erste Android-Kinder-Tablet mit Bodymotion-Control. Über 50 vorinstallierte Apps, wie die tollen Motion-Apps. Und viele weitere erhältlich auf Google Play und dem Curio Store. Das CurioTab. Jetzt im Handel. Scotland Yard jagt Mr. X. Sei clever. Verfolge ihn. Durchschaue seinen nächsten Zug. Und schnapp ihn dir. Scotland Yard. Das geniale Kultspiel. Entdecke Spannendes. Orte Mr. X mit deinem Tablet oder Smartphone. Die neue Art Familienspiel. Scotland Yard Master. Barbie! Hier draußen ist aber was los. Hunger? Toni liebt Möhren, Schmusen und ihre Freundin Barbie. Auf zum Reiten. Über grüne Wiesen mit Barbie und Toni. Barbie-Fütter und Schmusespaß-Toni. Viele deiner Disney-Lieblinge triffst du täglich im Fernsehen. Wir werden Weihnachten retten. Zu Weihnachten kannst du sie auch sammeln. Die Disney-Wikis. Jetzt bei Rewe. 30 tolle Figuren zum Sammeln, Tauschen und Spaß haben. Rewe. Besser leben. Switch & Go Dinos. Mit dem coolen RC-Dino hast du das Steuer in der Hand. Den Motor starten und los geht's. Ich komme. Per Knopfdruck verwandelst du ihn in einen mächtigen Dinosaurier. Ich bin Triceratops. Fordere mich nicht heraus. Switch & Go Dinos RC Triceratops von... VTEC. Jetzt auch die anderen Switch & Go Dinos entdecken. Von VTEC. Barbie. Aus dem neuen Film Barbie und die geheime Tür. Ein zauberhaftes Königreich verliert seine Magie. Ist das magische Einhorn zu retten? Durch Prinzessin Alexas. Zauber, Zauber. Bekommt die Fee ihre Flügel zurück. Und die Meerjungfrau? Ihre Flosse. Das Königreich ist gerettet. Prinzessin Alexa und weitere Puppen zum Film. Von Hasbro Gaming. Simon Swipe ist da. Mit der ultimativen Herausforderung. Wer merkt sich die Reihenfolge, wiederholt die Farben, meistert die Swipes und bezwingt die Levels, um Simon zu besiegen? Simon Swipe. Wer gewinnt gegen Simon? TipToy macht Wissen lebendig. Die lebendigsten Spielfiguren. Von TipToy. Erlebe Abenteuer voller Spiele. Rätsel. Wissen. Pferde sind mit Zebras verwandt. Und Lieder. TipToy-Spielfiguren. Auch in zwei Tiersets. Entdecke faszinierendes Ravensburger. Jetzt erlebst du dinostarke Abenteuer. Neu mit TipToy-Spielfiguren Dinosaurier. Wie viel passt in Barbies Modekoffer? Jede Menge. So hat Barbie immer etwas Passendes zum Anziehen dabei. Nicht nur für sich, sondern auch für ihre Freundinnen. Und man kann ihn überall mit hinnehmen. Der Barbie-Modekoffer für Fashionistas. Das war die Werbung. Muuuuh. Die neuesten, coolsten und spannendsten Spiele gibt's auf togo.de. Und noch mehr Spielspaß mit deinen Togo-Lieblingsstars. Drachen fliegen mit den mutigen Dragons. Angelo will seine Freunde treffen. Kannst du ihm dabei helfen? Mit Coop gegen Cat oder Cat gegen Coop spielen. Wer ist dein Favorit? Ob bei der fröhlichen Farbenschlacht oder der wilden Wasserschlacht. Du machst sie alle nass. So wie Togo gab's noch nie. Übrigens, togo.de ist jetzt auch mobil zu erreichen. Kung-Fu-Legende Wuchak Morris ist ihr größtes Vorbild. Vergiss nicht, niemals datenlos zusehen, wenn ein Unschuldiger was auf die Mütze kriegt. Schreitet sofort ein und rettet den Angsthasen. Alles klar, Lee. Bist du bereit? Bruce und Lee, zwei verrückte Moments hier, Brüder, verbreiten mit Kung-Fu das reinste Chaos. Oh, hat irgendjemand den Grill angezündet? Dumm-Fu. Heute um Viertel vor vier. Die neuen Folgen. Ich werde mir mal den Wecker stellen. Einfach checken, wo die Wecker stecken und mitmachen auf togo.de. Mit etwas Glück gewinnt ihr eins von 30 Überraschungspaketen. Also, ran an die Wecker!